Ja, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jonas Klaus, ich bin 28 Jahre alt und Online-Marketing-Manager vom Beruf. Ich bin Gründer, Unternehmer, Affiliate-Marketer, einfach alles, ich gebe voll Gas und ich lade dich herzlich ein auf dieser Seite, schön, dass du sie übrigens gefunden hast, in mein Builderall-Team zu kommen, denn ich habe ganz, ganz, ganz viel für dich vorbereitet und ich kann dir einfach nur sagen, wir verdienen mittlerweile tausende von Euro mit diesem Produkt. Es geht nämlich nur um ein einziges Produkt und zwar um Builderall, beziehungsweise Builderall-Business natürlich, womit wir über zwei Ebenen verdienen können und für jeden Verkauf 100% Affiliate-Provision bekommen. 100% und danach 30% monatlich und das über zwei Ebenen und das findest du sonst nirgendwo. Zusätzlich bekommst du natürlich Builderall, das heißt über 16 Tools, ein All-in-One-Plattform zusammen, die erklären wir dir dann später in einem kostenlosen Kurs von uns, den du natürlich geschenkt bekommst. Nicht nur die Tools erklären wir dir, sondern wie du mit Builderall Geld verdienen kannst, wie du Builderall promotest, wie du es verkaufst. Und das ist das Schöne an Builderall, es verkauft sich sehr, sehr einfach, weil es einfach so genial ist, weil man einfach alles zusammen hat, weil es so gesehen jeder noch so kleine Selbstständige, jeder kleinste Unternehmer oder auch große Unternehmen sowas benötigen. Und es ist unfassbar günstig, es kostet nämlich nur 45 Euro im Monat. Es ist quasi ein Witz für das, was man damit bekommt und man muss es nur dreimal verkaufen und schon hat man alle Tools umsonst und verdient sogar noch was obendrauf. Also es ist quasi einfach nur genial, du merkst ja, wie sehr ich davon schwärme und ich lade dich, ja richtig gehört, ich lade dich herzlich ein, in mein Team zu kommen und ein bisschen weiter unten auf dieser Seite siehst du auch, was du alles bekommst, was du alles umsonst bekommst und was das eigentlich für einen Wert hat, für was für diese Dinge, was wir da an Geld normalerweise für nehmen würden. Und ich würde mich echt recht herzlich freuen, wenn du hier auf dieser Seite bleibst und natürlich in mein Team kommst. Schau dich in Ruhe um, wir haben unten auf der Seite auch noch ein Webinar für dich, da erklären wir dieses ganze Affiliate Marketing 2.0 nochmal ein bisschen genauer für dich und als nächstes gehen wir jetzt zurück auf meinen Screen, der hinter mir gerade ausgegangen ist, wie ich sehe. Also wir gehen jetzt auf meinen Screen, ich zeige dir ein paar Umsätze von uns, was wir in einem einzigen Monat geschafft haben, ja richtig gehört, wir sind erst seit einem Monat dabei und haben schon ein sehr großes Netzwerk aufgebaut, falls man das hier bei dem Produkt so nennen kann. Also bleib auf jeden Fall dran, wir switchen mal eben rüber auf meinen Desktop und ich zeige dir dort so ein paar andere Dinge, meine Umsätze, was man erreichen kann und vor allem, was Bilderall auch bietet. Bis gleich! Ja, herzlich willkommen nochmal von meinem Desktop aus, ich freue mich sehr, dass du weiter dran geblieben bist und ich zeige dir jetzt einfach mal kurz meine Zahlen, unsere Zahlen und zwar nach 4 Wochen. Ja, 4 Wochen erst, nichts reininterpretieren, wir sind jetzt nicht irgendwie 5 Jahre dabei oder sonst was, 4 Wochen. Okay? Und genau das zeigen wir unseren Mitgliedern auch. Also was haben wir hier, das ist mein Dashboard, was du eben noch hinter mir gesehen hast und hier siehst du, wie viele Leads wir eingesammelt haben, 130, das ist in meinen Augen gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, wie viele davon aktiv sind, weil aktiv heißt, dass diejenigen gezahlt haben. Das heißt, von denen haben wir 100% einmalig kassiert und 30% jeden verdammten Monat. Mal 46. Ja, dann kannst du ja schon ausrechnen, was da für wiederkehrende Einnahmen bei sind. Dann haben wir mittlerweile durch unsere, ja wie soll ich sagen, durch unsere extreme Duplikation, die wir auch an Tag legen können, durch unseren Kurs, durch unsere Hilfe, durch unsere Facebook-Gruppe, durch unsere alles Mögliche, durch unsere Hilfe, durch unseren Support, ja, haben wir mittlerweile schon nur in diesen 4 Wochen unsere Partner schon 21 in unserer zweiten Linie aufgebaut. Das heißt, auch dadurch verdienen wir durch von jedem Einzelnen 30% jeden Monat. Und in Zahlen, man kann jetzt hier, das meinte ich eben mit dem Diagramm hier, Offenlegungen nennt sich das. Also wir haben hier heute gerade eingestellt, heute hatten wir 20 Klicks, oder ja, jetzt sind zwei mehr geworden, auf die unterschiedlichen Links, ja. Wenn man nochmal auf den Monat geht, dann siehst du jetzt hier, haben wir unfassbar viel Traffic, ja, ich nehme das mal eben weg. Auf unserem Checkout-Link hatten wir 602 und wenn man mal aufs Jahr geht, dann siehst du, dass wir, ja, dass wir tatsächlich erst, ja gut, hier steht jetzt seit zwei Monaten, ist klar, es ist so, dass wir, hier unten siehst du auch das Datum im Video, ja, wir haben den 31.08. und wir haben Ende Juli damit begonnen. Ja, im Juli haben wir mehrere E-Mails rausgesendet, um ein Webinar zu promoten und deshalb sind wir tatsächlich erst seit knapp vier Wochen dabei, okay. Also, was haben wir verdient? Wir haben verdient, hier sind, also in Wartestellung sind 208 Euro, zur Verfügung stehen 1341 Euro, die werde ich jetzt bald im September auszahlen und ausbezahlt zu einer Testauszahlung sind 766 Euro, ja. Also, es kommt wirklich täglich was bei uns dazu und genau das zeigen wir dir auch, wie das funktioniert und zwar in unserem kostenlosen Kurs mit unserer Hilfe. Du kannst uns schreiben, mit manchen haben wir auch tatsächlich telefoniert, um deren, die Webseiten ein bisschen zu erklären. Du kriegst Landingpages von uns, übrigens diese Seite bekommst du auch von uns, du bekommst ein Webinar von uns. Ich zeige dir, wie du ein Webinar selber drehst, YouTube Traffic, Facebook Traffic und, 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 und. Ja, da könnte ich tausend Stunden jetzt von erzählen quasi, aber das kannst du dir selber in Ruhe nachher anschauen, wenn du dich dann zu unserem Team angemeldet hast und dich dafür entschieden hast, deinen Weg mit uns zusammenzugehen und dein passives Einkommen aufzubauen. Ja, wir wollen ja, dass jeder von euch passives Einkommen aufbaut, nicht nur, weil ihr dadurch verdient, sondern weil wir natürlich auch dadurch verdienen, ganz klar. Ja, naja, das sage ich aber so, ich bin ehrlich und deswegen zeige ich dir hier auch offen unsere Zahlen. Was ich dir dann einmal noch ganz kurz zeigen möchte, ist den Builderall Business Rechner. Und zwar der Builderall Business Rechner ist so, dass du hier dein, dein, ja, dein, dein Jahresziel kalkulieren kannst und bestimmen kannst. Also wenn du jetzt sagst, okay, Jonas, ich finde die ganze Geschichte richtig geil und ich habe mir das Webinar weiter unten auf der Seite schon angeschaut, dann kannst du jetzt einfach mal hergehen und wenn du dich schon angemeldet hast, dann kannst du einfach mal sagen, okay, ich kriege 200 Leute in einem Jahr, also Builderall verkauft. Ja, also ich verkaufe an 200 Leute Builderall Business. Wir gehen immer nur von Business Lizenzen aus, weil wir selber auch nur Business Lizenzen verkaufen und weil wir dir auch zeigen, wie du nur Builderall Business Lizenzen verkaufst. Ja, weil das auch die natürlich die teuersten sind und weil man nur mit dem Paket über zwei Ebenen verdienen kann. Das ist ja das Wichtigste, okay. Deshalb, wie viele werden davon Partner? Natürlich 200, weil wir nur Builderall Business verkaufen, aber später mehr zu den Preisen, okay. Wie viel verkauft jeder einzelne Affiliate? Ich sagte gerade zu den Preisen, wenn du was über die Preise haben möchtest, dann schau dir bitte das Webinar, das dauert circa 20, 25 Minuten, ein bisschen weiter unten auf der Seite, kannst du das in Ruhe anschauen. Schau dir das bitte ganz, ganz in Ruhe an, da erkläre ich alles nochmal ein bisschen detailliert. Ja, jeder, okay. Also wie viele davon verkauft jetzt jeder? Sagen wir mal 20, ja. 20 von diesen 200 verkauft jeder, also in deiner zweiten Linie, okay. Somit hättest du direkte Kunden 200, weil wir haben ja 200 eingetragen, logisch, und 4000 in deiner zweiten Ebene. Warum? Weil 200 mal 20 sind nun mal 4000 und du verdienst von jedem dieser 4000 30%. Und das sind nun mal diese insgesamt dann 4200 und davon von jedem einzelnen 30% sind 56.574 Euro monatlich passiver Verdienst für dich. Und ja, ich weiß nicht, also da fehlen mir einfach ein bisschen die Worte. Es ist einfach so unfassbar. Wenn man hier jetzt 10 eingibt, sind es immerhin noch 29.000, also knapp 30.000 Euro monatlich. Und wenn jeder so viel schafft wie du, dann wird das die Zahl komplett sprengen. Dann würdest du, also das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, aber dann würdest du über eine halbe Million Euro im Monat verdienen. Das ist natürlich extrem geil, ja. Was man hier mit erreichen kann, das möchte ich dir einfach nur mal kurz zeigen, okay. Wenn jeder nur 5 schafft, würdest du 16.000 Euro verdienen. Ganz kurz einmal dazu, was erhältst du, wenn du in unser Team reinkommst, ja. Du erhältst unseren, ich switch mal eben, du erhältst unseren Bilderall-Komplettkurs in unserem Member-Bereich, wo auch noch viele andere Produkte sind, aber du erhältst diesen Kurs komplett umsonst. Und wir updaten den fast wöchentlich, tatsächlich. Derzeit sind diese zwei Module da drin. Es kommt jetzt wahrscheinlich diese Woche noch ein neues Update dazu. Und zwar, oder was heißt wahrscheinlich, es kommt auf jeden Fall jetzt ein neues Update, ein neues Modul dazu. Und zwar über Facebook Ads. Wir gehen auch noch auf Google AdWords ein und natürlich auch auf unsere Geheimwaffe Bing Ads. Jetzt, keine Frage. Also, was erhältst du, wenn du jetzt einsteigst? Du erhältst unsere Bilderall-Funktionen. Das heißt, ich erkläre dir, da switche ich mal eben rüber, wenn man jetzt auf das Modul klickt, erkläre dir in zig Videos, wie du Bilderall benutzt, ja. Wie du damit eine Webseite baust. Also, wir gehen alle Tools zusammen durch. Ja, also Bilderall-Baukästen haben wir hier. Das E-Mail-Marketing, also du hast einen Autoresponder mit dabei. Du hast das Design natürlich, ein Design-Studio von Bilderall selber. Ja, hallo und herzlich willkommen. So, ja, ich habe mich mal kurz selber gestartet. Dann kannst du animierte Videos erstellen, Applikationen, also Apps und so weiter. Und noch viele, viele andere Browser-Benachrichtigungen. Du kannst Webinare erstellen und so weiter. Vieles, vieles mehr. Wenn du auf das zweite Modul klickst, also Bilderall-Bewerben, dann kommst du auf unsere Werbemittel, die du dir hier gratis runterladen kannst. Eine Willkommens-E-Mail bekommst du. Du bekommst mehrere E-Mail-Vorlagen, wenn du eine E-Mail-Liste hast. Du bekommst die PowerPoint-Präsentation, wenn du ein Webinar selber erstellen möchtest und aufnehmen möchtest. Dann bekommst du mehrere Werbebilder. Wie gesagt, wir erweitern das hier wöchentlich. Das ist hier der Link, womit du unseren Kurs verschenken darfst. Aber natürlich nur, wenn du bei uns Mitglied bist, ein aktives Mitglied bist. Dann kannst du natürlich auch an deine Linie unseren Kurs, wo wir gerade quasi zusammen drin sind, weiter verschenken. Ganz, ganz wichtig. Dann zeigen wir dir hier Bilderall-Business. Also was bietet uns Bilderall-Business? Da gehen wir ganz, ganz detailliert drauf ein. Hier dann Teil 2. Hier erkläre ich dir eine Software, mit der du automatisch in Facebook-Gruppen posten kannst. Hier zeige ich dir die erste Landingpage. Da kommen jetzt weitere Landingpages hinzu. Das ist beispielsweise die, ja ich spule mal hier ganz kurz, ja hier zeige ich dir, wie du das mit der Datenschutzerklärung machst. Ein Impressum, Datenschutzerklärung und, und, und. Das alles erhältst du von uns. Hier zeige ich mich selber auch natürlich mal. So erstellst du selber ein Webinar. Ja, das zeige ich dir auch. Ich zeige dir, wie man mit YouTube Traffic erzeugt. Ich zeige dir, wie man mit Facebook, mit Zing, mit Foren, mit Fragen und Antwortenportalen Traffic erzeugt und vieles mehr. Hier kommen immer weitere Videos dazu. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du in unser Team kommst. Du hast überhaupt kein Risiko, ja. Du hast sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von Bilderall. Wir selber, also ich verlange ja überhaupt kein Geld von dir, ja, versprochen. Ich verlange keinen einzigen Cent von dir, wenn du in unseren Team kommst. Du erhältst diesen Kurs umsonst und alle weiteren Materialien und alle Hilfe, Supporthilfe, wenn du telefonisch Hilfe brauchst, telefoniere ich auch gerne mit dir. Alles, was wir für dich tun, ist komplett umsonst. Du musst nur bei uns ins Team kommen und natürlich Bilderall Business kaufen, ja. Und dann zeigen wir dir, wie du mit Bilderall dein passives Einkommen aufbaust oder natürlich auch, wie du die Tools benutzt und so weiter. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen. Mein Name ist Jonas Klaus und schau dich auf dieser Seite ganz, ganz in Ruhe um. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Also, bis dann. Alles Gute. Mach's gut. Ciao.